Das CardioStrong TX50 ist ein modernes Laufband für den Heimbereich. Dank schnellem Aufbau und einfacher Bedienung ist es sofort einsatzbereit. Mit seinen 152 cm Lauffläche ist das TX50 auch für schnelle Läufer sehr gut geeignet. Das Training ist dank guter Federung und der dicken Autobelt-Laufmatte besonders gelenkschonend. Das Cockpit ist übersichtlich gestaltet und alle Werte sind gut ablesbar. Mit den Kurzwaldtasten lassen Sie Steigung und Geschwindigkeit direkt auswählen. Ideal zum Beispiel für Intervalltraining. Bis zu 15% Steigung bietet das Laufband. Damit sind Bergläufe selbst auf dem flachen Land möglich. Diese Eigenschaften haben auch die Tester der Fit4Fun überzeugt. Sie haben dem Laufband eine Top-Bewertung bei Display, Motor und Leistung attestiert. Nach dem Training lässt die Lauffläche sich hochklappen und das Laufband platzsparend verstauen.